Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Seit Montag dieser Sitzungswoche geistert ein Antrag für eine Aktuelle Stunde durchs Parlament. Der Antrag hieß erst schwammig linksextreme Gewalt, dann hieß er kurzzeitig Gewalt gegen Abgeordnete und darunter kann man sich als Rednerin zu diesem Antrag auch nichts vorstellen. Die aktuelle Fassung dieses Antrags lautet nun linksextreme Gewalttaten gegen die politische Betätigung demokratischer Parteien. Ich gehe einmal davon aus, dass die allermeisten Abgeordneten zu dieser Thematik keine eigenen Erfahrungen haben und das hoffe ich auch. Also reduziert sich Ihr Antrag im Wesentlichen auf Ihre eigene Partei, Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Womit sich mir die Frage stellt, ob dann der Antrag wortlautmäßig noch stimmen kann. Denn dann müssten Sie eine demokratische Partei sein. Und das stelle ich in Frage. Ich sage Ihnen noch gerne, warum ich das tue. In dem Moment, wo Sie sagen, dass Menschen nach Religion und Herkunft sortiert werden müssen, reden wir auch über Menschenwürde. Und die ist unabänderbar verfassungsrechtlich garantiert. Und wenn es darum geht, meine Kolleginnen und Kollegen von der AfD, dass einer Ihrer Kollegen im Sächsischen Landtag eine Anfrage stellt mit dem Wortlaut, Hilfen bei Sterilisation für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Dann reden wir auch über Menschenwürde. Und wenn Amtsträger Ihrer Partei in rechtsextremen Milieus unterwegs sind, dann muss man ganz klar von einer Demokratiegefährdung reden. Und das bringt mich zu der nächsten Frage. Führt nicht gerade Ihre politische Betätigung dazu, dass die Menschen zunehmend rauer mit demokratischen Parteien und mit Politikerinnen und Politikern umgehen? Nicht erst seit der Messerattacke auf Bürgermeister Andreas Holstein in Altena muss man sich doch die Frage stellen, die der Kollege Mayer auch schon gestellt hat, verroht unsere Gesellschaft. Wenn der Kollege Brandner jetzt neu im Bundestag für die AfD am letzten Wochenende ein Foto mit einer Machete auf Twitter postet, mit dem Text, warten auf die Antifa, dann ist das eine ganz klare Entgleisung des politischen Diskurses. Dies ist ganz klar eine Drohung und hier geht es ganz klar um Gewalt. Übrigens, das schockiert mich umso mehr, umso mehr, weil es sich bei dem Kollegen Brandner um einen Rechtsanwalt handelt. Und da sollte man denken, dass er wirklich ein Organ der Rechtspflege ist. Ihr Prinzip ist es leider, Menschen gegeneinander aufzuwiegeln. Aber es liegt auch in Ihrer Verantwortung, statt Hass zu schüren, gemäßigte Töne anzuschlagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte keinesfalls hier den Eindruck erwecken, dass Gewalt gegen Gewalt rechtfertigt. Wir sind schließlich nicht im Wilden Westen, sondern wir leben in einer der fortschrittlichsten Demokratien der Welt. Wir leben in einem guten Rechtsstaat. Es besteht das Gewaltmonopol des Staates. Und Gewalttaten jeglicher Art werden unter Strafe gestellt. Und das ist gut und richtig so. Ich sorge mich dabei übrigens weniger um uns Berufspolitiker als um die vielen Ehrenamtlichen. Denn ich glaube, zu unserem Job als Politikerinnen und Politiker gehört es, dass wir in harte Diskussionen gehen und dass wir diese aushalten. Was aber ist mit den vielen Ehrenamtlern, die für ihr Engagement täglich bepöbelt und beschimpft werden? Was ist mit den Flüchtlingshelferinnen, den Flüchtlingshelfern, den Buchhändlern, den Künstlern, die sich in verschiedenen Bereichen gegen Ungleichbehandlung engagieren und dann Opfer von Anschlägen werden? Allein in Berlin und Neukölln sind in diesem Jahr zehn Autos von politisch beziehungsweise ehrenamtlich Engagierten zerstört worden. Bisher waren wir uns in diesem Hause alle einig, sowohl rechtsextreme als auch linksextreme Gewalt ist zu verurteilen. Und ich muss Ihnen ja an einer Stelle recht geben. Natürlich gibt es auch linksextreme Gewalt und dagegen müssen wir was tun. Das ist richtig so. Aber ich will Ihnen mal eben die Zahlen nennen, die Zahlen, hören Sie mal zu, die Zahlen der registrierten Straftaten im letzten Jahr. Es gab aus dem linken Spektrum 1702 und aus dem rechten Spektrum 23.555. Es geht vor allem um den Zusammenhalt der Gesellschaft und den zwischenmenschlichen Umgang miteinander und das ist unsere aller Aufgabe, die Gesellschaft zu beschwichtigen und miteinander zu reden, Toleranz, Toleranz zu fördern, anstatt sie zu bekämpfen. Und noch ein Wort, meine Kolleginnen und Kollegen von der AfD, diese Aktuelle Stunde haben Sie nicht nötig, denn es gibt genügend Instrumente, Angriffe präventiv zu verhindern. Nicht Hass und Hetze verbreiten, stattdessen aufeinander zugehen und miteinander reden hilft. Vielen Dank. Vielen Dank, Sonja Steffen. Der nächste Redner in der Aktuellen Stunde.